Was ist die Corona-Viren? Coronaviren sind eine Gruppe von Viren, die wir schon seit den 60er Jahren kennen. Viele dieser Coronaviren verursachen Erkältungskrankheiten oder leichtere grippale Infekte. Es gab allerdings in den letzten Jahren auch zwei schwere Epidemien. Die eine hieß SARS, schweres, akutes Atemwegsyndrom und das andere MERS, die wirklich schwere Erkrankungen hervorgerufen haben. Die Abkürzungen, die von der WHO gefunden wurden für das neuartige Coronavirus und die Erkrankungen, die durch dieses Virus hervorgerufen wurden, sind für Laien erstmal verwirrend. SARS ist ja eine englische Abkürzung für ein schweres, akutes Atemwegsyndrom, eine Erkrankung der Atemwege. Das jetzige Virus ist SARS-Coronavirus-2 genannt, in Anlehnung an dieses Virus, was damals diese SARS-Erkrankung hervorgerufen hat. Das Krankheitsbild an sich heißt COVID, auch das ist eine englische Abkürzung und ist ein Zeichen für die Erkrankung, die durch dieses Coronavirus 2019 hervorgerufen wurde. Die Frage, ob der Nachweis eines Coronavirus bei einem Menschen eine schwere Erkrankung bedeutet, kann man mit Nein beantworten, nicht unbedingt. Viele verschiedene Krankheitsstadien werden durch dieses Virus hervorgerufen. Sehr viele Menschen erkranken nur leicht. Ein gewisser Prozentsatz, insbesondere die Patienten, die vorerkrankt sind oder ältere Patienten, erkranken schwer mit einer richtigen Erkrankung, die man als COVID-19 bezeichnen kann. Es scheint auch Menschen zu geben, die diesen Befall oder diese Infektion mit dem Virus gar nicht selber wahrnehmen. Die Zeit von dem Kontakt mit dem Coronavirus bis zum Ausbruch einer Erkrankung, in welcher Stärke auch immer, wird nach wie vor für die Zeit von 1 bis 14 Tagen angenommen. Im Mittel erkranken die Leute zwischen dem 4. und 7. Tag. Nach Kontakt mit diesem Erreger hat man jetzt festgestellt. Die ersten Symptome sind in der Mehrzahl der Fälle Husten und Fieber. Einige Patienten klagen auch über Schnupfen, Husten, einige auch über Durchfälle. Aber die Hauptsymptome nach den Erfahrungen, die wir bis jetzt getroffen haben, sind Husten und Fieber. Die Ansteckung mit einem Coronavirus erfolgt in der Regel in der meisten Anteil der Fälle über die Tröpfcheninfektion. Das heißt, dass jemand hustet oder niest und in dieser Feuchtigkeit, die damit transportiert wird, in kleinsten Tröpfchen, steckt Virus, den atme ich ein. Das ist der häufigste Infektionsweg. Es gibt auch die Möglichkeit einer sogenannten Kontakt- oder Schmierinfektion. Das kann passieren, wenn ich zum Beispiel in meine Hand niese, dann mit dieser Hand etwas anfasse und nach relativ kurzer Zeit fasst jemand anderer auch diesen Gegenstand, den ich berührt habe, an und führt den dann zum Mund. Das ist eine vorstellbare Ansteckung. Aber wir gehen davon aus, dass der Virus nicht sehr lange auf unbelebten Oberflächen überlebt. Die Frage ist, kann ich als Mensch wissen, bin ich an Grippe erkrankt oder bin ich an einer Coronavirus-Infektion erkrankt? Diese Frage kann man so nicht leicht beantworten. Die Symptome können genau gleich sein und sich in Husten, Schnupfen, Fieber, Abgeschlagenheit und so weiter äußern, sodass man einen Test machen muss, sowohl eine Influenza, eine richtige Grippe, als auch eine Coronavirus-Infektion ausschließen muss, wenn dafür Risiken bestehen. Jemand, der glaubt, sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben, sollte auf keinen Fall direkt in ein Krankenhaus laufen oder direkt in eine Praxis laufen, sondern zunächst telefonischen Kontakt zu seinem Hausarzt oder außerhalb der Dienstzeiten über die Notrufnummer des KV-Dienstes 116 117 Kontakt aufnehmen, damit ihm dann gesagt wird, wo er sich hinbegeben kann und auch die anlaufend gelaufene Stelle Bescheid weiß, dass jemand mit einer möglicherweise ansteckenden Erkrankung kommt. Das Robert-Koch-Institut hat einige Gebiete als sogenannte Risikogebiete deklariert. Das sind Gebiete, in denen vermehrt Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten sind. Sollten Sie in den letzten 14 Tagen sich in einem solchen Risikogebiet aufgehalten haben, begeben Sie sich bitte freiwillig in die sogenannte Quarantäne. Das heißt, Sie gehen nach Hause und bewegen sich möglichst innerhalb Ihres Hauses, ohne vermehrte Sozialkontakte, bitten jemanden, für Sie einkaufen zu gehen, damit das Risiko, dass Sie jemanden in der sogenannten Inkubationszeit anstecken, möglichst gering ist. Nehmen Sie mit Ihrem Arbeitgeber Kontakt auf, um mit dem bestimmte Fragen bezüglich Ihres Arbeitsplatzes und Möglichkeiten abzuklären. Personen, die Husten und Fieber entwickeln, müssen bestimmte Voraussetzungen mitbringen, damit man einen begründeten Verdacht äußert, dass sie sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Der eine Weg ist, dass ich in einem Risikogebiet war in den letzten 14 Tagen. Dann habe ich eine größere Chance, dass diese Infektion eine Corona-Infektion ist. Und der andere Weg ist der, dass ich Kontakt hatte zu jemandem, der eine nachgewiesene Corona-Infektion hat. Im Prinzip kann sich natürlich jeder Mensch auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Wenn jemand gar keine Symptome hat und in keiner Weise Kontakt hatte mit Menschen, die an einer Coronavirus-Infektion leiden, dann ist es nicht sinnvoll, einen Test durchzuführen. Sinnvoll ist es, wenn Menschen, die einen Verdacht haben, die Kontakt hatten oder in einem Risikogebiet haben, dass die sich testen lassen. In der aktuellen Situation haben wir eine begrenzte Anzahl von Testmöglichkeiten. Testmöglichkeiten, auch Laborkapazitäten sind begrenzt, sodass wir an alle Menschen appellieren, sich nicht in der falschen Sicherheitsbedürfnis schnell testen zu lassen, sondern nur, wenn es sinnvoll ist. Und das sagt Ihnen Ihr Arzt. In manchen Fällen wird das Gesundheitsamt oder der Arzt oder auch das Gesundheitsministerium sagen, diese Menschen müssen in Quarantäne. Was bedeutet das eigentlich? In Quarantäne bedeutet, man zieht sich in sein häusliches Umfeld zurück, vermeidet soziale Kontakte, geht nicht nach draußen, unter der Vorstellung, dass man vielleicht jemanden anstecken könnte, der besonders gefährdet ist zum Beispiel. Menschen, die Kontakt hatten zu einer Corona-Virus-infizierten Patienten, die sollen in Quarantäne gehen und die Leute, die in einem Risikogebiet waren in den letzten 14 Tagen. Desinfektionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-Erkrankung sind vor allen Dingen in Einrichtungen des Gesundheitswesens sehr, sehr wichtig. Dort sind wir besonders angehalten, die Verbreitung des Virus auf andere anderweitig erkrankte Patienten zu vermeiden. Im häuslichen Umfeld gehen wir davon aus, dass eine gute Einhaltung der normalen Hygiene mit einer intensiveren Händewaschen und einer guten normalen Reinigung zu Hause vollkommen ausreicht. Es kann natürlich sein, dass man unterwegs ist, wo man nicht die Gelegenheit hat, sich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und dort stattdessen zu einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel greift. Menschen, die keine Atemwegsymptome haben, sind nicht durch einen Mund-Nasen-Schutz oder eine Atemschutzmaske besonders geschützt. Wir schützen uns im Krankenhaus, um eine Weiterverbreitung des Virus auf jeden Fall auszuschließen oder einzudämmen. Und wir benutzen auch im Krankenhaus Handschuhe und Desinfektionsmittel, diese Dinge brauchen sie im täglichen Leben nicht. Im Gegenteil, das Benutzen von Handschuhen zum Beispiel, das erleben wir auch im Krankenhaus zum Teil, vermittelt eine falsche Sicherheit. Wenn man immer Handschuhe anhat und immer alles anfasst und sich mit den Handschuhen an die Lippen fasst oder an die Nase, dann bedeutet das auf keinen Fall, dass man geschützt ist, sondern unter Umständen, dass Erreger an dem Material der Handschuhe noch viel leichter kleben bleiben und man das Gefühl hat, man muss sich gar nicht die Hände waschen. Viele Menschen verstehen zur aktuellen Situation nicht, warum sie soziale Kontakte einschränken sollen, insbesondere wenn sie selbst jung sind und den Eindruck haben, mir kann das Virus doch eigentlich nichts anhaben. Die Situation in Deutschland und vielen anderen Ländern aktuell ist aber so, dass wir uns bemühen, die Anzahl der infizierten Menschen möglichst gering zu halten oder den Anstieg der infizierten Patienten möglichst flach zu halten, damit wir in unseren Gesundheitssystemen sie immer gut versorgen können und nicht überlastet werden. Dafür ist es nötig, dass wir Kontakte eindämmen, auch wenn wir denken, dass das Gegenüber sicherlich nicht erkrankt ist. Es könnte sich in der sogenannten Inkubationszeit befinden und mich anstecken, obwohl ich gar nicht merke, dass der andere krank ist. In unseren Bemühen aktuell in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern, die Anzahl der Infizierten gering zu halten oder den Anstieg möglichst flach zu gestalten, müssen alle zusammenarbeiten. Alle Menschen, alte Menschen, junge Menschen, auch die Menschen, die von sich selber denken oder von denen wir denken, dass sie im Falle einer Erkrankung nur geringe Symptome haben und nicht gefährdet sind, müssen mitarbeiten und eine Solidargemeinschaft bilden, damit wir die Gefahr für alle, insbesondere die, die eine größere Chance haben, einen schweren Erkrankungsverlauf zu erleiden, damit wir auch die besonders schützen. Das Robert-Koch-Institut beobachtet seit Wochen und Monaten natürlich sehr genau täglich, wie das Infektionsgeschehen in Deutschland sich abspielt. Aktuell hat sie das Risiko für die deutsche Bevölkerung als hoch eingeschätzt, weil wir eben mittlerweile an vielen Orten in Deutschland, in jedem Bundesland, verschiedene Infektionsgeschehen haben. Wir beobachten, dass in anderen Ländern auch eine Häufung von Schwererkrankten da ist und wir wissen, dass das deutsche Gesundheitssystem eben mittlerweile sehr beansprucht ist. All das zusammen macht eine Risikoeinschätzung, die eben aktuell höher ist als noch vor zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.